Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 auf der Nordfrischmarsch für euch einen wunderschönen guten Tag wünschen euch. So, ich habe schon die Pfeilmaschine wieder angeschmissen, den Brescher und jetzt werde ich da noch selber schwadern, dann können wir mal den Raps zur Dieselraffinerie fahren. So. So. Oh, nein, ich stelle einen. Dann. So. Das ist das, dass ich meine 5, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 14, 15, 14, 15, 20, 21, 2021. haben wir hier noch sein dann können wir die verkaufen gehen es tut mir leid damit am wochenende keine videos gekommen sind da ich auf urlaub war aber diese woche verspreche ich euch wieder videos zu machen wenn ihr dieses video seht schreibt mal in die kommentare wie euch mein kanal layout gefällt das habe ich jetzt neu gemacht so den können wir entlassen das werden wir einfahren so dann können wir hier schon den sammelwagen für das gras erschicken einen abladekurs zu hause einfach für silo da können wir auch schon mal abfahren das gras wenn wir genug geld haben dann kaufen wir uns große maschinen jetzt muss ich den drehscher noch abdanken wir müssen wir noch waschen so warum macht er hier so eine tat das muss ich muss nein später einen neuen gefuß machen so so Jetzt muss ich noch das selber noch machen. Und dann geht es wieder mit dem und dann geht es weiter. So. 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 Jetzt können wir den Heimplan abladen. So, dann können wir gleich einen Abladekurs zu Hause machen. So, dann können wir den Heimplan abladen. So, können wir hier mal einstellen, hier müssen wir dann zur Diesel-Raffineration, hier der Leitur dann stoppt, in kurz können wir gleich mal vergessen, und müssen wir hier einbauen. Oh, das war nicht gut. Aber der kleine Doe jetzt machte ich schon. So. Jetzt müssen wir hier noch mal. Ne, das brauchen wir auch nicht. So. 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 Okay, jetzt find's some bugs, jetzt kommen wir wieder auf die Position. So. Schau mal, daß noch zinne. Untertitelung des ZDF, 2020 Was machst du? Ah, das ist nicht selbst. Du machst das selbst. So meine Lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, falls dein Abo und ein Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen und bewertet meinen Kanal, die Seng, ja, und schreibt ein nettes Kommentar, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.